Granti-Bhedasana, Stellungen zur Durchbohrung der Grantis. Grantis sind Knoten in der Sushumna und es gibt vieles, was wir tun müssen, um unsere Grantis zu durchbohren. Es gibt mehrere Stellungen, die als Granti-Bhedanasana bezeichnet werden. Raffaella zeigt zwei davon. Ausgangsposition kann die normale Sitzhaltung sein. Von hier hebe die Knie hoch und fasse mit den Unterarmen um die Knie und gib die Zehen nach außen. Zweite Möglichkeit, komme zum Lotus und im Lotus fasse die Hände zwischen Unter- und Oberschenkel. Die Knie sind dabei oben und gib die Hände unter das Kinn oder die Hände hinter die Schultern bzw. in den Nacken hinein. Eine dritte Möglichkeit für Granti-Bhedasana ist, aus dem Lotus heraus fasse mit den Ellbeugen um die Oberschenkel herum und verhake dann die Finger miteinander. Das sind drei Variationen von Granti-Bhedanasana. Die drei Grantis sind Brahma-Granti, Vishnu-Granti und Shiva-Granti. Und was diese genau bedeuten, findest du auf wiki.yoga-vidya.de Die Knie-Bhedasana Die Knie-Bhedasana